Willkommen zur heutigen Folge. In der letzten habe ich euch ja hier meine Werkbahn präsentiert und auch schon so ein bisschen angekündigt. Ich möchte gerne die Oberfräse hier drin integrieren und das große Loch seht ihr schon, das wird heute geschehen oder vielmehr ist schon geschehen. Ihr seht hier vorne auch einmal eine kleine Fräsplatte und einmal eine große Fräsplatte und die seht ihr wahrscheinlich so zum ersten Mal, denn das ist hier eine Premiere von der ersten Reihe an Produkten, die ich euch jetzt hier unter meinem Namen und dem von meinem Kollegen, dem Fabian Bau, präsentieren möchte. Also RBT, was ihr hier vorne seht, steht zum einen für Rika, steht aber auch für Bau und am Ende für Tools, also englisch für Werkzeuge und das ist das, was wir euch hier in Zukunft das ein oder andere Mal präsentieren werden. Genau das dazu seht ihr am Ende, damit ich euch jetzt hier nicht zu viel mit Werbung wieder vollquatsche, möchte ich euch einmal ganz kurz hier zeigen, was mit diesem Aufbau möglich ist. Ja, man kann die Produkte so kaufen, aber ich denke, wenn man da so ein bisschen Gehirnschmalz reinsteckt und so ein kleiner Fiesling ist und einfach abguckt, was wir uns hier überlegt haben, dann könnt ihr das auch genauso nachmachen. Wir haben eine Aluminiumplatte verwendet, die ist feins gefräst, damit wir auch wirklich garantiert haben, dass die plan ist. Ihr könnt das zu Hause aber auch ein bisschen einfacher nachmachen. Nehmt euch einfach eine HPL-Platte, 6 oder 8 mm stark, ausreichend steif, um das Ganze dann auch hier zu nutzen als Frästisch oder wenn das handgeführt genutzt wird. Und das Tolle ist an HPL, ihr könnt das auch mit eurem normalen Hartmetallschneiden bearbeiten. Das heißt, es ist ein bisschen materialfressender, aber wesentlich einfacher zu verarbeiten als beispielsweise Aluminium. Ich zeige euch jetzt einmal kurz, was es da so alles für Möglichkeiten gibt. Und im besten Falle kann ich euch ein bisschen erstaunen, dem einen oder anderen vielleicht aber auch nur ein müdes Lächeln abbringen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Präsentation, fand das irgendwie naheliegend und würde sagen, wir steigen jetzt ein, machen erstmal das Paketchen auf. Was haben wir alles drin? Hier gibt es einige Normteile, also zum Beispiel auch die Profile. Das könnt ihr alles auch so nachkaufen, euch auch selber bauen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt immer ein bisschen genauer an. Wir brauchen also eine stabile Trägerplatte. Und in unserem Falle haben wir jetzt nochmal hier ein bisschen Material unten drunter gepackt, also 3 mm Kunststoff, damit das Ganze ein bisschen besser gleitet. Und wenn dann doch mal irgendeine Beschädigungen auftreten, dass man das Ganze ein bisschen kostengünstiger austauschen kann. Ansonsten, wie gesagt, hier diese Profile. Das ist ein Profil mit den Maßen 20x40. Das heißt, man kann die auch durch die Nuten entweder aufrecht oder halt eben flach hinlegen. Sehen wir gleich auch noch, was es da für unterschiedliche Situationen gibt. Und dann noch ein paar Sternengriffe, um das Ganze zu fixieren. Und hier haben wir nochmal einen Griff, der gerade bei unseren kleinen Einhandfräsen dazu führt, dass wir die jetzt auch mit beiden Händen nutzen können. Und auch durchaus etwas anspruchsvollere Aufgaben damit ausführen können, wo wir so ein bisschen mehr Kraft eigentlich brauchen. Auch Thema Planfräsen kommen wir gleich noch zu. Wir fangen jetzt erstmal mit so ein paar grundlegenden Sachen an. Nuten-Falz herstellen, ist ja eigentlich erstmal so eine Standardaufgabe von der Oberfräse. Aber es gibt ja durchaus da so ein paar kleine Problemchen, die auftreten können. Und die kriegen wir dadurch, dass wir jetzt zwei Anschläge haben, hier sehr gut in den Griff. Wenn ich jetzt exakt mittig fräsen möchte, dann haben wir hier noch eine Kleinigkeit integriert. Und zwar ist es ein Mittenfinder. Ihr seht, es muss einfach nur die Zylinderkopfschraube eingedreht werden. Und jetzt nehmen wir hier unser Holz, legen das zwischen diese beiden Zylinderkopfschrauben einmal ein. Links und rechts wird jetzt der Anschlag angeschoben. Und damit ist jetzt garantiert, dass wir wirklich mittig fräsen können. Ihr könnt auch sehen, die Anschläge sorgen auch dafür, dass ich jetzt, obwohl ich hier das Ganze aufrecht eingespannt habe, 18 mm Auflagefläche eigentlich nur bestehen, das Ganze trotzdem sicher geführt werden kann. Es kippelt nicht nach links und rechts. Und wir fräsen jetzt hier einfach mittig die Nut. Ihr könnt sehen, auch nochmal kurz nachgemessen, wir haben wirklich links und rechts hier den gleichen Abstand. Das ist doch schon mal gut gelaufen. Ja, es kann natürlich mal hier und da ein Zehntelchen Abweichung geben. Eigentlich ist die Idee, dadurch, dass die Löcher gesenkt sind, dass das Ganze sich auch möglichst mittig zentriert. Ja, natürlich kann es da auch mal Abweichung geben, allein schon bei der Produktion von der Fräse. CNC-gefräste Platten, ja, je nachdem wie sauber ihr das zu Hause ausarbeitet, kann es natürlich mal zu leichten Abweichungen kommen. Aber ich denke mal, dass wir so grob in die Mitte kommen, ist bei den meisten Aufgaben wahrscheinlich schon ausreichend. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn wir beispielsweise auch Zapfenlöcher so herstellen, was ja damit auch sehr gut möglich ist, sofern ihr die Tauchfunktion habt. Das gibt es ja auch zum Nachrüsten hier bei der kleinen Makita oder halt eben hier bei den klassischen Oberfräsen, die diese Funktion haben. Dann können wir damit halt eben auch Zapfenlöcher ausarbeiten. Und wenn wir dann halt eben das passende Gegenstück dazu so ein bisschen schmaler machen, dann ist da so ein leichter Versatz auch gar nicht so schlimm. Das haben wir. Falzherstellen ist auch kein Problem. Jetzt wird die Schiene einfach nur umgedreht und wir haben dann eine ausreichend große Aussparung. Und damit können wir dann halt eben auch randnah arbeiten. Das ermöglicht uns zum Beispiel auch einfach jetzt hier unsere Kantenfräse so umzubauen. Dafür ist jetzt diese kleine Platte gedacht, dass wir auch problemlos unseren Anleimer bündig fräsen können. Wenn ich den Anleimer bündig fräse, dann versuche ich da immer noch, ja, so ein kleines Zehntelchen, vielleicht zwei Zehntel Abstand zu unserer eigentlichen Trägerplatte zu haben. Könnt ihr euch einfach ein Blatt Papier dann da hinlegen, darauf absenken. Dann ist es eigentlich so der Abstand, den wir brauchen. Ja, und dann kann man einmal hier mit der Fräse und der entsprechenden Fräsplatte, die sorgt dann für den Abstand, 6 mm stark. Das heißt, den Anleimer, den sollten wir auch maximal natürlich 6 mm darüber stehen lassen, im besten Fall ein bisschen weniger. Ja, rechts der Anschlag mit der Aussparung sorgt jetzt dafür, dass wir auch wirklich gleichmäßig das Ganze nach vorne bewegen können. Ja, und dann haben wir den ganzen Anleimer auch schon bündig abgefräst. Gehen wir jetzt noch ein, zwei Mal mit einem Schleifklotz drüber und dann ist auch wirklich garantiert, dass es absolut bündig ist. Wenn ihr jetzt versucht, in Ewigkeiten das Ganze so einzustellen, dass ihr wirklich perfekt so den Anleimer abnimmt, dann ist es natürlich schon ein Risiko. Wenn die Platte nicht kalibriert ist und es vielleicht hier und da mal so einen kleinen Kippmoment gibt, dann kann das schon sehr ärgerlich sein. Also lasst lieber noch so ein klein bisschen stehen, geht dann hinter den Schleifklotz drüber und dann gibt es da auch keine Ärgernisse. Auch wenn man vielleicht mal irgendwie in empfindlichem Material arbeitet. Hier wird jetzt ja nochmal überfoniert, aber vielleicht direkt so eine HPL-Platte oder Linoleum, was ihr auch immer da als Platte, als Oberfläche habt, ist natürlich nicht so gut, wenn das dann hinterher nochmal angeschliffen wird. Eine Menge Möglichkeiten, wenn wir jetzt schon mal gerade dabei sind, auch hier sowas bündig abzufräsen, dann können wir auch, ja, diese berühmten Butterfly-Indays, also wir haben den Riss im Holz, können wir jetzt hier sehen, kann man natürlich auch wunderbar mit dieser Methode hinterher planfräsen. Ja, gut, ich zeige natürlich auch immer wieder mal Sachen, die ich jetzt nicht so spannend finde, weil ich habe ja auch schon gesagt, ich habe das mal vor sechs Jahren gemacht. Ist nicht so meins, aber wer das schön findet und bei manchen Sachen, gerade wenn wir halt eben so ein bisschen rustikal arbeiten und da ist der Riss halt eben drin, wir möchten ihn erhalten, dann ist das eine Top-Sache. Jetzt kann man das Ganze noch weiterspielen, das habe ich jetzt mal hier hingelegt und das war ja von einigen von euch die Frage, wie kannst du denn nur mit deinen Handwerkszeugen überhaupt abrichten, auf Dicke hobeln, genau so kann man das ganz einfach machen. Ja, es braucht ein bisschen, aber der Vorteil ist, ich kann hier in einem Durchgang abrichten und auf Dicke hobeln. Das sind ja normalerweise zwei Arbeitsschritte und die fasse ich jetzt hier in einem zusammen. Könnt ihr jetzt hier sehen, wie das Ganze ausgeführt wird, ja, eigentlich relativ simpel, da ist der Vorteil, wir können das ja umlegen, dass wir hier in der Höhe einmal auf 20 mm kommen und einmal auf 40 mm, das ist ja eigentlich das, was ich in der Regel so als zumutbar finde, wenn wir jetzt hier mit der Oberfräse arbeiten. Ja, breite Bohlen damit zu machen, funktioniert natürlich nicht, ich mache hier überwiegend Stollenbau, das heißt, ich habe jetzt hier vielleicht so das hier als maximale Größe, dann kommt da eine Füllung rein und das ist dann für mich, wie gesagt, vollkommen ausreichend. Oberflächenqualität ist wirklich genial, also würde ich sagen, übertrifft jetzt in diesem Falle sogar die Spiralmesserwelle, wenn ihr da mal den Vergleich habt. Also hier gibt es wirklich keinen Hobelschlag drin, lasst mich hier noch einmal kurz mit dem Schleifpapier drüber gehen und dann ist das eine hervorragende Sache. Ich habe das jetzt hier mit der kleinen Kantenfräse gemacht, der Fräser, der da drin ist, hat einen Durchmesser von 16 mm, dauert natürlich ein bisschen, keine Frage, natürlich entsteht hier auch ein bisschen mehr Sparen, müssen wir uns also vielleicht noch ein bisschen was überlegen, ein bisschen stärkere Absauge, vielleicht könnt ihr auch dafür sorgen, dass ihr links und rechts einfach die Möglichkeit habt, ein bisschen rumzusauen. Ja, das ergibt sich halt eben durch, Feinstaub wird abgesaugt, ein bisschen gröbere Krümel, die funktionieren halt eben nicht so gut beim Abtransport, da muss man dann erst mal mit leben. Kann man sich natürlich auch überlegen, ob man hier vielleicht auch nochmal so eine kleine Bürste mit reinmacht, das überlegen wir uns nochmal. Ja, also Möglichkeiten nach oben gibt es da auf jeden Fall noch. Ich finde das eine spannende Sache, vor allem, weil es auch gerade, wenn man einsteigt, eine relativ ungefährliche Art und Weise ist, Holz abzurichten. Abrichte, leider schon viele Arbeitsunfälle erlebt, sind leider bei der Abrichte halt eben möglich. Die Messerwelle liegt da offen, eigentlich soll sie abgedeckt werden. Ich sehe leider viel zu viele Videos, in denen das nicht gemacht wird oder man sagt, oh, ich finde die gerade nicht. Ja, passiert euch nicht, wenn ihr hier eure Hände dran habt, dann ist das meines Erachtens die sicherste Methode, Holz abzurichten. Wenn es halt eben jetzt ein bisschen breitere Bohlen sind, wir haben jetzt hier eine maximale Breite von 12 Zentimetern, das ist ja schon ein bisschen was und wenn wir davon dann ein paar verleimt haben, können wir uns damit auch den Tisch bauen. Scheut nicht die Anstrengung, denkt dran, man kann irgendwie immer an sein Ziel kommen, dafür ist der Kanal hier auch gedacht. Und wenn es dann halt eben mal ein bisschen mehr Arbeit ist, naja, mein Gott, dafür haben wir wie gesagt aber auch schon eine tolle Oberflächenqualität. Sparen uns viel Schleifen, sparen uns wie gesagt das Abrichten, hin und her manövrieren. Denkt aber dran mal nach, es ist keine universelle Lösung, ganz klar, aber es ist eine günstige, einfache Möglichkeit, die zudem noch sicher ist. Was will man eigentlich für den Anfang mehr? Und wie man damit professionelle Möbel baut, könnt ihr euch gerne auch hier auf dem Kanal ansehen. Schon eine ganze Menge, tja, dann haben wir natürlich auch noch mal so, ich sag jetzt mal eher, ja, eigentlich möchte ich sagen Spielereien. Hier den Kreis. Warum eigentlich Spielereien? Ich habe zuletzt einen schönen runden Tisch gebaut, den seht ihr dann bald in der Holzwerken im Stil des Biedermeiers. Das heißt, aufwendige Furnierarbeiten, aber das Thema rund und da habe ich hier das Ganze wirklich sehr schätzen gelernt, also tatsächlich seit langem mal wieder, dass ich Kreise überhaupt machen musste. Wir haben hier die Möglichkeit, mit dieser kleinen Platte das Ganze wirklich von geringsten Kreisen, habt ihr jetzt hier gesehen, zu sehr großen Durchmessern, habt ihr jetzt hier mal eingebettet, was das Maximum ist. Ja, finde ich wirklich eine sehr einfache Sache. Ja, in der Mitte haben wir diese kleine Bohrung von der Schraube, aber da wird uns schon irgendwas einfallen, dass wir das Ganze vertuschen. In der Regel reicht zum Beispiel umdrehen nach innen, irgendwo wird das Rad ja in der Regel auch befestigt. Ja, und ansonsten finde ich, ist das an der Stelle so klein, kann man verschmerzen, drückt man irgendwie, Tropfkinder einreiben. Dann ist das schon gut. Jetzt haben wir die zwei Anschläge und können natürlich auch noch mal ein bisschen speziellere Situationen uns bei der Baustelle ansehen. Hier ist zum Beispiel, jetzt stellen wir uns einfach mal vor eine Tür, die wir hingelegt haben und die soll unten eingefräst werden. Für ein Schalix oder Kältefeind, kennt ihr vielleicht, das ist diese kleine Gummilippe, die dann unten rausfährt und bündig dann mit dem Boden das Ganze dann abdichtet. Jetzt ist natürlich die Problematik dabei, fräsen wir jetzt irgendwie in zwei Meter Höhe auf der Leiter, dann aufrecht die Türe aus. Ah, ist ein bisschen blöd, also Türe aushängen, auf die Birke legen, seitlich, dann liegt sie schon mal, aber jetzt irgendwie seitlich mit der Oberfräse da entlang gehen, nur mit dem Parallelanschlag, ein bisschen schwierig. Und darum haben wir jetzt hier einfach auch wieder beide Profile oben und unten eingespannt. Ja, ist jetzt nicht ganz mittig, könnt ihr natürlich auch den Mittelfinder noch für nehmen, jetzt einfach nur als Beispiel genommen. Und ihr könnt sehen, ich muss die Fräse noch nicht mal festhalten und die fällt mir da nicht runter. Aber jetzt je nachdem, ob ihr eine große oder eine kleine Fräse habt, müssen wir halt eben in mehreren Durchgängen da durch. Aber auch hier wieder 16 Millimeter, da können wir also in zwei, drei Arbeitsgängen durchaus auch ans Ziel kommen. Ja, finde ich auch wieder Speziallösung, aber es wird irgendwann immer bei euch die Situation auftreten, wo ihr sagt, ah, genau jetzt kann ich es gebrauchen. So, jetzt haben wir eigentlich hier so die Möglichkeiten durch, was da handgeführt alles für Optionen bestehen. Und jetzt wollen wir das Ganze auch einmal hier in unsere Oberfläche reinpacken. Und das kann jetzt hier geschehen. Wird jetzt hier eingelegt. Wir haben natürlich jetzt so ein bisschen das Problem, es gibt hier unterschiedliche Größen. Wie das gelöst wird, könnt ihr jetzt hier einmal eingeblendet sehen. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier verschiedene Ringe, die dann einfach festgeschraubt werden, je nachdem, ob ihr einen großen oder einen kleinen Fräser verwendet. Wenn wir jetzt hier einen kleinen Fräser drin haben, ist das Risiko natürlich auch groß, dass uns da irgendwie ein Werkstück hineinfällt. Was es da für Möglichkeiten gibt, ja, wir haben jetzt hier einfach mal so einen etwas größeren Fräser eingespannt. Ja, so das Maximum, was jetzt hier mit der OF-1010 möglich ist. Also ja auch eine ein bisschen kleinere Oberfräse, ja. 50 Millimeter Durchmesser der Fräser. Das heißt, wir können da auch schon beim Falz ein bisschen größere Dimensionen angehen. Ja, und ansonsten, was wir einfach so an unserer Tischfräse so machen, ist alles ein bisschen angenehmer, auch damit zu nuten. Wir müssen dann mit der Oberfräse nicht irgendwie rumjonglieren, also schon eine ganz angenehme Sache. Was wir jetzt auch da noch als zusätzliche Möglichkeit haben, weil hier ja die Nuten bestehen, wir können das Ganze auch seitlich einspannen und das ist dann eine Horizontaltischfräse. Ja, ist vielleicht dem einen oder anderen unbekannt, war es mir auch und darum an dieser Stelle, wie sagt man so schön, liebe Grüße an Guido Heng, meinen Kollegen bei der Holzwerken. Der hat das schon vor vielen, vielen Jahren ist darauf gekommen, das zu machen. Ist durchaus eine speziellere Anwendung. Ja, jetzt hier beispielsweise auch mal wieder, wenn man nicht die Möglichkeit hat, so einen breiten Falzfräser einzuspannen, auch einfach mit dem normalen Nutfräser ein bisschen breitere Falz herzustellen oder halt eben auch nochmal bündig zu fräsen. Gut, vielleicht kann man sich da auch mal ein bisschen inspirieren lassen. Das ist durchaus Spezialfall, werde ich auch nicht oft eine Anwendung haben, aber fand ich ganz interessant, dass wir da halt eben relativ einfach die Möglichkeit haben, das über die Nuten zu justieren. Ein paar Rampamuffen in den Tisch an die Wange reingeschraubt und dann ist da schon eine ganze Menge möglich. Ihr seht also, was diese einfache Platte für ein großes Potenzial in sich birgt. Das heißt, vor allem hier mit dieser kleinen Fräse, finde ich, kann man doch schon eine ganze Menge machen. Ich habe ja irgendwann nochmal hier, hatte ich ja gesagt, diesen Fräskorb dazu gekauft und jetzt ist meines Erachtens eigentlich fast alles möglich. Wenn ihr das Ganze selber baut, hier vor allem die größte Schwierigkeit, glaube ich, sind diese Nuten. Vielleicht macht ihr die Platte von Anfang an ein bisschen größer und würde sagen, nach dem spätestens zweiten Versuch habt ihr dann auch verstanden, wie das mit der Nut funktioniert. Und dann habt ihr eigentlich das System hier nachgemaut. Wie gesagt, der Rest sind Normteile. Könnt ihr euch auch beziehen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, halt eben wirklich volles Potenzial selbst aus dieser kleinen Fräse herauszuholen. Wer dagegen sagt, Dominik, vielleicht jetzt die Möglichkeit, hier mit dem Kanal zu unterstützen. Also auch nicht, wie das bislang war, spendenbasiert, sondern dass man wirklich sagt, okay, mich interessiert das Produkt, ich kann das gebrauchen. Dann schlag doch gerne zu. Also wird in der Zukunft auch noch ein bisschen was kommen. Dauert alles so ein bisschen, ja, würde ich dann vielleicht auch gegebenenfalls noch mal ein bisschen drauf eingehen. Es ist durchaus ein Anspruch, den ich hier habe. Das hat auch dafür gesorgt, dass es hier alles ein bisschen länger gedauert hat. Ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen mehr ins Detail. Darum würde ich jetzt an dieser Stelle mal den Fabian dazuholen. Und wir zeigen euch so ein bisschen die Entwicklung, wo wir uns hier und da was abgesehen haben und was es alles so für Probleme gab. Und ich würde sagen, Fabi, komm mal her da aus der Ecke und dann erzählen wir den Leuten mal was. So, jetzt mal zusammen mit Fabi hier. Wir gehen einmal Pleiten, Pech und Pannen durch. Vielleicht auch so ein bisschen Inspiration und die Philosophie, die wir hier auch in Zukunft haben, damit das einfach so ein bisschen nachvollziehen könnt. Wir steigen direkt mal mit einem Plagiat ein. Das war so ein bisschen die Idee, die uns auch dazu angetrieben hat, hier vielleicht in die Richtung was zu entwickeln. Das kennen wir doch alle schon, Fabi, was soll denn das? Und ja, die Schablone mehr oder weniger haben wir uns nicht ausgedacht. Wahrscheinlich haben es die meisten schon gesehen beim Samurai Carpenter. Dort allerdings nicht mit Nuten außen, sondern mit Löchern. Aber die Nuten haben wir auch bei jemand anders gesehen und haben die dann erstmal so rein. Und damit haben wir angefangen. Allerdings haben wir gemerkt, Acrylglas verkratzt schnell. Wir wollten was kratzfestes haben. Wir haben kratzfestes Acrylglas gesucht, gefunden und für nicht gut genug bewertet, weil es einfach zu schnell verkratzt. Gerade mit den Aluminiumanschlägen drunter hält auch das kratzfeste Acrylglas nicht aus. Und sind wir mal ehrlich, der Fräskorb verdeckt eh das meiste. Da kann auch das Acrylglas nichts dran ändern. Und von dem her muss man unsere Ansicht dort gar nicht durchgucken können. Ja, und dann ging es weiter mit dem Stapel dort. Ja, Fabian hat es vorhin den Stapel der Schande genannt. Also natürlich auch hier nicht nur Acrylglas ausprobiert, Polycarbonat, keine Ahnung, alles. Ja, aber es ist halt eben so, nach kürzester Zeit ist das Ganze von unten verkratzt. Ist dann für ein YouTube-Video eine ganz coole Sache, aber wir wollen ja hier auch im besten Falle 10 oder 20 Mal das Ganze zeigen, ohne dass man da irgendwie, ja, sich denkt, was hat man denn da? Dass ihr zu Hause auch natürlich eine lange Zeit damit Freude habt. So, hier jetzt jede Menge Zeugs. Fabian hat Gott sei Dank eine CNC, das hat uns den Prototypenbau natürlich ein bisschen vereinfacht. Warum ist jetzt hier so viel Zeug? Wir haben doch eigentlich hier nur eine Platte und da sind ein paar Löcher und ein paar Nuten drin. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, am Ende, ich glaube, nach fast acht Monaten können wir es auch sagen. War doch total einfach. Hätten wir direkt so machen können. Aber es ist halt eben alles ein Prozess. Die Schwierigkeit ist oft, gerade weil wir halt eben ja auch einen begrenzten Bereich haben, dass wir halt eben jedes Mal, wenn uns eine Funktion eingefallen ist, die integrieren möchten, dass die vielleicht eine bestehende Funktion dann gestört hat. Beim Mittenfinder mussten wir zum Beispiel danach die Nuten wieder anpassen. Wir mussten schauen, in welche Richtung wir wegen, wenn es auch die anderen Bohrungen, dass sich dann die Knöpfe da nicht im Weg sind. Also irgendwas war immer und gerade wenn man sagte, klasse, alles passt, fräst man dann den Prototypen, baut das Ganze zusammen und merkt dann, oh ja, klar, die eine Schraube, die gehört dann natürlich überhaupt nicht hin. So, und dann gab es meines Erachtens so einen kleinen Meilenstein, dass es hier auch natürlich noch andere Vorrichtungen gibt, handgeführt. In der Zwischenzeit hat dann auch Tamara, heißt die, glaube ich, auf jeden Fall heißt der Kanal 3x3, amerikanischer Sender, unten verlinkt. Die hat dann halt eben diese 6 in 1 Funktion rausgebracht und hat dann eigentlich auch, ja, im Prinzip fast alles, was wir so uns überlegt hatten, mit reingebracht. Das war aber dann auch nochmal so ein bisschen, naja, vielleicht so ein kleiner Dämpfer. Trotzdem, jetzt hat man schon so viel Arbeit reingesteckt, man will ja auch durchziehen. Und dann kam so ein bisschen, ha, so eine Idee auf, als wir das hier gesehen haben, diese Materialstärke mit dieser Rundung an der Seite, weil es ja immer noch die Idee gab, das Ganze handgeführt zu machen, wenn wir die Rundung wegmachen und eh schon das Ganze aus Aluminium machen wollen, warum kommt das Ganze dann nicht direkt in den Tisch rein? Und dann hat man einfach ein System, was man mit einer Oberfräse in jeglichen Variationen halt eben nutzen kann. Und ich glaube, das war so der Punkt, wo wir gedacht haben, na klar, das ist doch wirklich das Naheliegendste. Warum denn die Oberfräse nur in den Tisch einbauen, dafür auch relativ viel Geld in die Hand nehmen und dann bleibt es halt eben im Tisch drin und wenn ich es immer irgendwie nutzen möchte, dann kann ich diese große Oberfräse, die meistens dann auch nicht so die ganzen Anschläge haben, nicht sonderlich gut nutzen. Ich denke da zum Beispiel vor allem an die Triton Oberfräsen, die ich finde in der handgeführten Variante eigentlich überhaupt nicht überzeugen können, eigentlich immer nur als Tischfräse enden. Und wenn man die jetzt dann in Kombination hat, hat man jede Menge Power und halt eben die Möglichkeit mit den Anschlägen eine ganze Menge rauszuholen. So, jetzt sind wir fast am Ende, Material steht, Fertigung, was soll das Ganze kosten und auch so ein bisschen Made in Germany, all sowas kommt natürlich jetzt Richtung BWLer und Firmenphilosophie, weil, naja, natürlich, wir wollen hier einfach, dafür stehen wir beide, eine faire Sache anbieten und ja, du kannst das, glaube ich, besser sagen. Ja, uns war natürlich naheliegend, das Ganze lasern zu lassen aus einer Aluminiumplatte. Die Vorfreude war groß, die Prototypen waren bestellt, das Paket kam an und ja, wir sind so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgefallen. Die Platten sind leider nicht plan genug, gerade durch die thermische Verformung und auch die Normen und Toleranzen, die eben bei so einer gelaserten Platte dann entstehen, ja, hat leider nicht unseren Ansprüchen standgehalten und das würde einfach keinen Spaß machen, das Ganze zu verwenden. Ja, aus BWLer Sicht natürlich ein bisschen schade, weil das wäre natürlich mit Abstand das günstigste gewesen, aber so ein Produkt verkaufen wir nicht gerne und deswegen sind wir dann umgestiegen auf diese, wie du schon gesagt hast, Alugussplatte, die feinst gefräst ist von beiden Seiten, so das edelste an Aluplatte, was man eben kaufen kann. Das Ganze wird gefräst, nicht gelasert, damit eben keine thermische Verformung stattfindet. Da sind Gewinde reingeschnitten, die sind auch leicht angesenkt oben, also das ist wirklich schon das, ja, edelste an Aluplatte, wie gesagt, was man irgendwie so da auch herstellen kann. Uns war auch wichtig, dass wir das Ganze unter fairen Bedingungen herstellen, dass es nicht aus irgendwelchen Ländern importiert wird, wo man nicht genau weiß, wie das Ganze hergestellt wird. Die meiste Fertigung findet im Großraum Berlin statt. Bei vielen von den Herstellern waren wir eben auch vor Ort und haben uns überzeugt, dass das Ganze, ja, unseren Ansprüchen entspricht. Ja, also vor allem hier das Herzstück ist ja eben diese plangefräste Platte. Da haben wir die Möglichkeit, da direkt den Ansprechpartner in Berlin zu haben. Das war eine tolle Sache. Wir haben keine Ahnung, wie viele Angebote natürlich erstmal einholen müssen, aber, ja, im Endeffekt ist der dann fast um die Haustüre bei mir gewesen. Ja, warum in die Ferne schweifen, wenn das Glück liegt doch so nah. Da sind wir auf jeden Fall total froh drüber. Und ja, auch ansonsten, also wenn wir Normteile einkaufen, dann sind die auch alle von deutschen Händlern. Wir haben natürlich bei all dem natürlich trotzdem versucht, einen Preis zu haben, der konkurrenzfähig, der marktfähig ist. Wir wissen natürlich, wir haben uns da so ein bisschen orientiert an den bestehenden Fräsplatten, die man halt eben in den Tisch einsetzen kann. und bin zumindestens, ja, auch wenn die Marge jetzt ein bisschen kleiner ausgefallen ist, als ursprünglich gedacht, doch ganz glücklich, dass wir jetzt hier zu diesem Punkt gekommen sind. Wie gesagt, made in Germany. Man kennt halt eben die Menschen, die das Ganze herstellen. Das ist eine tolle Sache. Natürlich zum einen, um, ja, zu wissen, wie das halt eben abläuft. Zum anderen aber natürlich auch, weil dann nochmal eher der Hörer in die Hand genommen wird und gesagt wird, Jungs, seid ihr euch sicher, dass das so Sinn macht? Sollen wir das nicht so und so machen? Und, ja, darum an dieser Stelle, falls das mal da gesehen wird, nochmal ganz vielen lieben Dank an die Unterstützung, die wir auch bekommen haben. So, jetzt haben wir euch genug vollgequatscht. Entweder viel Spaß beim Nachbauen oder viel Spaß vielleicht beim Erwerb vom ersten RBT-Produkt. Weitere werden folgen. Es dauert manchmal leider alles ein bisschen länger, als man sich das vorstellt, weil wir halt eben auch, ja, euch Produkte anbieten möchten, die auch euch in der Werkstatt weiterbringen. Das ist so ein bisschen auch, ja, so die Philosophie bei der ganzen Sache. Es soll einen Mehrwert haben. Wir möchten hier keine Schicke-Micke-Produkte herstellen, die am Ende noch irgendwie versilbert werden oder sonst was, sondern die Sachen sollen funktionieren. Und ich glaube, wir beide sind das beste Beispiel dafür, wenn wir die Sachen wirklich in unseren Werkstätten hier einsetzen und dass ihr seht, dass man damit auch vernünftige Sachen herstellt. So, jetzt ist elf, 23 Uhr. Keine Ahnung, wie lange das jetzt gegangen ist. Fabian, wir machen Feierabend. Auf jeden Fall. Tschüss, bis zum nächsten Mal.